So ihr Lieben, ich bin jetzt schon im Fernbus. 14 Stunden habe ich jetzt vor mir. Wir haben ein sehr schönes Winterwetter. Alles in Polen weiter verschneit. Die Sonne ist auch draußen. Vielleicht kann ich mich nochmal später melden. Vom Bus, aus dem Bus. Vielleicht in der Nacht ansehen. Bis später. Tschüssi. Hacker Hacker.